Wir wollen euch jetzt gleich alle erinnern, hier Max Müller aus der Halle, und ich begrüße euch mit einem ärztlichen, mit einem glänkischen, mit einem glänkischen, mit einem glänkischen SELF! Unser Hauptmannsherr in der Universisierung präsentiert uns jetzt die Aufstellung für dieses heutige Spiel. Unser Trainer heißt Miroslav! Im Tor unsere Nummer 1 Jan! Unser Nummer 3 Janino! Unser Nummer 4 Finn! Unser Nummer 6 Florian! Mit! Unser Nummer 7 Florian! Mit! Unser Nummer 11 Katschi! Unser Nummer 17 Jets! Rapp! Rapp! Unser Nummer 20 Kasper! Rapp! Unser Kapitär mit Nummer 31! Rapp! 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 Lassen wir uns zusammen einen Moment innehalten. Der 1. FC Nürnberg trauert mit der gesagten Klubfamilie und zahlen den Dank an die Verteidigung, Susanne und die Cioto. Susanne ist am Montagfrüh, den 15. Juli, nach schwerer Krankheit für immer eingeschlafen. Das tief empfundene Mitgefühl und die aufrichtige Anteilnahme gelten in diesem Moment ihrer Tochter, sowie der gesamten Familie, allen Freunden, Bekannten und ihren Ex-Kollegen. Susanne Cioto war seit 2011 im Service Center Max-Morlock-Platz tätig. Sie übernahm dort die Position als verantwortliche Mitarbeiterin im Ticketvertrieb. Damit war sie eine verlässliche und vertraute Ansprechpartnerin für viele Klubfans und offizielle Filmclubs für Heim- und Auslandstickets. 2017 wurde sie Filialeiterin des Service Centers und 2022 wechselte sie in die Anteil- und Ticketing und war dort stellvertretende Leiterin. Die Klubfamilie nimmt mit großer Bestürzung Abschied von ihrer Mitarbeiterin, die viel zu früh gegangen ist. Der 1. FC Nürnberg und seine Fans wird sie vermissen und ihr für immer ein ehrendes Andenken bewahren. Danke für alles, Ihre Susanne. Ruhe jetzt. Ruhe jetzt. Vielen Dank. Wir geben uns alle in die Kirche. Und lassen uns gemeinsam noch einmal für Susanne singen. Nehmt bitte alle die Schals nach oben. Und wir singen heute speziell für Susanne die Ligge. Und wir singen heute in die Kirche. Und wir singen heute in die Kirche. Und wir singen heute in die Kirche. Und wir singen heute in der Kirche. Untertitelung des ZDF, 2020